Wie du ein Bestsellerbuch in nur zwei Monaten schreibst und davon lebenslang profitierst. Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Mugrauer und wenn du eine Expertin, eine Experte, Coach, Berater, generell selbstständig bist, gerade wenn du ein Experte bist oder sein möchtest im Markt, dann ist es von unschätzbarem Wert, einfach ein gutes Buch zu veröffentlichen. Nicht nur irgendein Buch, sondern natürlich auf die richtige Weise zu veröffentlichen und davon dann wirklich profitiert dein Expertenstatus ein lebenslang und du verdienst vor allen Dingen dann auch finanziell ein lebenslang von diesem Buch und das ist einfach sehr wichtig. Warum sage ich zwei Monate? Ganz einfach, weil wir ein Buch geschrieben haben über diese Expertenbuchmethode, wie man das in acht Wochen machen kann und das haben wir deswegen geschrieben, weil wir dieses Buch hier veröffentlicht haben. Ich habe das genau in acht Wochen, also in zwei Monaten geschrieben von Mitte Februar 2019 bis Mitte April 2019 habe ich dieses Buch geschrieben, ist ein Bestseller geworden und es hat für uns indirekt 20 Millionen Euro Einkommen verursacht. Also eine sehr, sehr positive Auswirkung gehabt und jeden Tag verkaufen wir bis heute dieses Buch. Obwohl jetzt auch schon fünf Jahre vergangen sind, aber jeden Tag verkaufen wir dieses Buch und es führt dann zu ganz tollen Dingen. Übrigens in diesem Video gehe ich natürlich auch darauf ein, wie kannst du mit einem Verlag arbeiten? Wann ist das sinnvoll? Wann machst du besser einen eigenen Funnel, so wie wir das damals gemacht haben? Auf jeden Fall, wie erzeugst du einen Bestseller? Und jetzt übrigens behaupten können das ja viele. Das ist tatsächlich ein Bestseller gewesen und wir haben dann natürlich mit der Methode, das haben wir hunderten anderen beigebracht. Und das können natürlich viele behaupten, aber deswegen, damit du weißt, dass das der Wahrheit entspricht, zeige ich dir diesen Award. Wir haben nämlich für dieses Buch diesen Award gewonnen. Und hier siehst du so zehn Schaltplatten. Das bedeutet, diesen Award haben wir gewonnen, weil wir mehr als zehn Millionen Dollar Umsatz generiert haben mit unserem Buch, mit unserem Buch Funnel. Den haben wir von der Firma Click Funnels bekommen. Das ist eine der führenden Funnel Software Hersteller. Und ja, das soll dir einfach Sicherheit geben, dass das, was ich dir jetzt erzähle, wirklich relevant ist, dass das der Wahrheit entspricht. Genau deswegen. Gut, ich werde in dem Video dir jetzt drei Dinge nacheinander erklären. Erst, ja, die fünf größten Fehler, die man machen kann, wenn man als Experte so ein Buch eben schreibt und auf den Markt bringt. Dann, ja, fünf Schlüssel. Ich sehe gerade, es sind sechs Schlüssel, ja, die sechs Schlüssel, also wie man das richtig macht, also was es da wirklich ankommt, damit du auch lebenslang wirklich davon profitierst. Und vor allen Dingen auch das Vorgehen. Also wie geht man jetzt Schritt für Schritt vor und warum sind das dann acht Wochen, also zwei Monate und wie ist das Ganze aufgeteilt? So, ja, fangen wir mal mit den fünf größten Fehlern an, die eben Experten machen, Selbstständige, die eben ein Expertenbuch veröffentlichen. Der erste grobe Fehler ist, dass viele, wenn sie das nicht wissen, wie sie es machen sollen und sie eher unschöpferisch angehen, ja, dass sie einen Haufen Bücher lesen und dann mehr oder weniger eine Zusammenfassung von anderen Büchern schreiben. Möglichst hochgestochen, damit es sich möglichst klug anhört, alles. Das wird nichts zum großen Erfolg führen. Das liest man nicht gern. Das bringt dir am Ende gar nichts. Ja, vergesst sowas. Mach sowas nicht. Das braucht kein Mensch. Das bringt nichts. So, also, dieser Weg ist völlig falsch. Zweiter Weg ist völlig falsch. So, so, irgendwie so der Art Therapie machen. Seine Schmerzen aus der Vergangenheit irgendwie aufschreiben. Das hat ja auch positive Aspekte. Also wenn es aber völlig übertrieben ist, sondern mehr so mehr oder weniger Selbstzweck, also so eine Art Therapie für dich, dann mach bitte Schreibtherapie, aber bitte veröffentliche es nicht. Gut, ähm, nächster Fehler. Äh, du schreibst zu sehr aus dem Kopf, ja, also viel zu viel kopfgesteuert. Ist zwar nicht so schlimm, wie wenn du andere Bücher einfach nur zusammenfasst, aber es ist nicht schöpferisch. Es ist nicht intuitiv. Es bringt nie die Augen zu leuchten. Es hat nichts Geniales, ja. Ähm, also, aus dem Kopf schreiben ist schlecht, ja, und völlig ungesteuert nur aus dem Bauch schreiben, ne, ähm, ohne Konzept, völlig falsch, bringt auch nichts. Es ist auch völlig falsch, ähm, sofort mit dem Schreiben zu beginnen, also ohne klares Konzept. Dann natürlich auch schwere Fehler. Der Titel ist einfach schlecht, ja. Der Titel ist schlecht, ja, auch deswegen, wenn man sich gar nicht so richtig überlegt hat, ja, zu was soll denn das beitragen, ja, also sprich, keine Gedanken, hat man sich gemacht, wie jetzt der Leser des Buchs zum Kunden, beziehungsweise zum Premium-Kunden wird, ne, und das alles nicht mitgedacht. Das sind alles eine Menge Fehler, ja, die, äh, oft gemacht werden, und das führt einfach dazu, dass 99 Prozent alle Expertenbücher nichts bringen, so. Und das sind alles vermeidbare Fehler, die kann man alle besser machen. Und übrigens, ich weiß es deswegen, ich hab ein paar von denen, äh, eben anfangs falsch gemacht, ich hab versucht, 2014 schon mal, aber mit solchen Fehlern ein Buch zu schreiben, das ist alles nichts geworden, ich hab's nie veröffentlicht, ähm, und, ähm, hab dann, äh, durch Zufall eben für mich rausgefunden, ähm, wie ich eben doch ein tolles Buch machen kann, und diese Methode, die vermittle ich, ja, dieses Buch 2019, die perfekte, äh, das perfekte die Coaching-Business, ja, ähm, da bin ich echt stolz drauf, das hat so viel geholfen, ja, und hier in dem Buch, die perfekte, das Plattenbuch-Methode ist dann 2021 gekommen, da vermitteln wir die Methode, wie, wie man jetzt mit so einem Buch zum Erfolg kommt, und wie man das eben auch in zwei Monaten schreibt. So, jetzt, wie geht's richtig, ja, die fünf Schlüssel? Also das Erste, was einfach wichtig ist, ist die Buch-Positionierung, also du musst dir wirklich überlegen, okay, ja, für wen ist denn dieses, dieses Buch, ja, und zu was soll denn das führen? Und das geht natürlich nur, wenn du selber keinen Bauchladen hast, sondern selber klar positioniert bist, also wir fangen wieder bei der Postenierung an. Das ist einfach ganz wichtig, ähm, und deswegen fangen wir mit Kunden, die zu uns kommen, niemals sofort mit dem Buch an, sondern machen immer zuerst die Postenierung und die Buch-Positionierung. Also das muss einfach zusammenpassen, und das ist etwas Strategisches, es kommt eher aus dem Kopf, ja, und das ist richtig so. So, das Zweite ist, was man dann braucht, ist davon abgeleitet ein Buch-Konzept, ja, und das kommt auch eher aus dem Kopf. Du kannst zwar ein Bild haben, wie das Buch fertig aussieht, aber wenn du dann natürlich zum Beispiel, ähm, das Inhaltszeichnis machst, oder den Untertitel wählst, da ist auch Kopfarbeit nötig, etwas strategische Arbeit, ja, also, ähm, sagen wir mal, äh, bei der Buch-Positionierung, ja, Konzept da 80% Kopf, 20% Intuition. So, und jetzt kommt's, ja, jetzt ist es ja wichtig, durch das Konzept, also sozusagen durch das Konzept, entfesselst du quasi deine Intuition. Also ich habe ja schon gesagt, ja, das Buch wird die, 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 das wird nur fesseln, die Augen zum Leuchten bringen, wenn es auch intuitiv geschrieben ist, aber diese Intuition muss irgendwie zielgerichtet sein, ja, also das ist wie bei einem guten Orakel, wenn du die falsche Frage stellst oder eine schlechte Frage stellst, bekommst du auch eine scheiß Antwort. So, und, äh, damit das alles, äh, so flutscht und sich so leicht und, 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 so überzeugend eben anhört und liest, ja, ist es erforderlich, dass man erst ein Buch-Konzept hat und dann auf die richtige Art und Weise eben seine Intuition beim Schreiben entfesselt. Auch dafür haben wir eine Anleitung natürlich in unseren Programmen, wie man das macht und dann geht's ganz einfach. Also sozusagen durch dieses schrittweise Vorgehen wird sozusagen diese riesige Berg machbar und, äh, genau. Also beim lebendig schreiben übrigens ist es wichtig, dass du auch Eindrücke gibst, ähm, wie du arbeitest, Eindrücke von dir, auch Geschichten erzählst, von deinen Kunden, von dir, ja, also relevante Geschichten erzählst, und zwar einfach relevant, ja, ähm, wie schon erwähnt, es braucht kein, niemand braucht ein Therapiebuch, ja, dass du für dich Therapie machst, verstehst du? Sondern das muss relevant sein. Und, ähm, da wirst du am Anfang natürlich bei all diesen Dingen ziemlich überfordert sein, deswegen ist es super, wenn du einen Sparing-Partner hast, ja, äh, der da Erfahrung hat, ja, was ist relevant, ja, du brauchst da Feedback, ähm, ähm, du willst es doch nicht das wichtigste Projekt deiner selbstständigen Karriere einfach dem Zufall überlassen. Das wäre ja verrückt. Ähm, gut, äh, dann ist natürlich so, dass du deine Kompetenz, also deine Expertise geschickt rüberbringst, ohne so oberlehrerhaft zu wirken, ja, es muss auf die richtige Art und Weise so in das Buch gegossen werden. Ähm, und ganz wichtig, natürlich bei all dem inszenierst du dich als möglicher Mentor. Ja, und letzter Punkt, du solltest eine Verbindung zu deinem Online-, zu deinem Online-Präsenz und auch zu deinem, zu deinem, zu deinem, äh, zu deinem Online-Angebot machen. Wir haben zum Beispiel hier hinten so ein Startpaket, ja, ja, reingemacht. Und ich sage immer wieder, ja, ja, ein gutes Buch, ja, wenn du das so scannst, ja, das muss irgendwie, du musst dein Blick irgendwo hängen bleiben. Entweder bei einer Überschrift, bei einem Bild, äh, bei einer Grafik, ja. Äh, das ist so wichtig, ja. Bücher werden ja nur zu 10% gelesen, aber unsere Bücher eben schon. Wir wissen, ich war schon in einem Seminar, wo ich gefragt habe, wer hat unser Buch gelesen? 200 Leute ausverkauft, ja. 100%, alle haben das Buch, äh, alle haben die Hand gehoben und gesagt, sie haben das Buch, ja. Und das ist einfach extrem wichtig. Gut, jetzt, ähm, das Vorgehen. Warum eigentlich 8 Wochen oder halt 2 Monate? Naja, ganz einfach. Also, ich habe ja gesagt, der erste Schritt ist die Buchstrategie, die Buchpositionierung. 2 Wochen. So, 2 Wochen, dann ist das gemacht. Ja, 2 Wochen. Wirklich. Es ist so, ja. Ähm, mir ist es schon 2 Mal gelungen und ich arbeite gerade an einem weiteren Buch. Ja, dann mache ich es genauso. Und dann, wenn du 2 Wochen die Buchstrategie ausgearbeitet hast, nach unserer Anleitung, dann kannst du problemlos in 6 Wochen dieses Buch schreiben. Du musst dir vorstellen, es sind ungefähr 100, 100 DIN-A4-Seiten, ja, aber da sind ja auch Grafiken drin, da sind vielleicht Bilder drin, da sind, ähm, es ist jetzt nicht so schlimm. Also, das ist machbar, ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du eine Vorstellung, eine gezielte, zielführende Vorstellung hast und davon abgeleitet eben deine Intuition auf die richtige Weise entfesselt und dann ist es ruckzuck geschrieben in 6 Wochen. Macht, also du möchtest schon 2 Wochen planen, 6 Wochen schreiben, macht 8 Wochen. So, jetzt brauchst du noch zusätzlich etwa 4 Wochen für die Grafikgestaltung, also das, also das Buch ist fertig geschrieben. Jetzt musst du es nur umsetzen, sodass es gedruckt werden kann oder dass es als PDF veröffentlicht werden kann. Es dauert vielleicht nochmal so ein paar Wochen, ne, Fehler finden, ähm, Grafiken machen, umsetzen, sodass das druckfähig wird. Ja, und dann hast du ein Buch zur Verfügung. Übrigens, wenn du unsere Bücher noch nicht geholt hast, auf unsere Website www.christian-mukra.com kannst du beide Bücher einfach bestellen. Und übrigens, das, was ich jetzt geschrieben habe, gilt genauso natürlich, wenn du mit einem Verlag das veröffentlicht. Ich habe es natürlich jetzt, äh, diese beiden Bücher mit einem eigenen Funnel vermarktet, exklusiv. Wir haben aber auch Kunden, also wir haben inzwischen sehr vielen Kunden auch mit so einer Buchstrategie massiv geholfen. Ähm, und da haben wir auch Kunden, die übrigens in mehreren Sprachen, ja, zum Teil im eigenen Funnel hantieren, zum Teil über Verlage. Und, ähm, so eine Hybridstrategie ist möglich. Es kann auch sein, dass es sinnvoll ist, nur über einen Verlag sozusagen hauptsächlich tätig zu werden, aber auch das Recht zu haben, selber natürlich das Buch auch verkaufen zu können. Eben, individuelle Strategie ist hier angesagt. Okay, wenn dich das interessiert, du kannst auf mich zukommen, unterhalb von diesem Video gibt's die Möglichkeit ein Gespräch abzumachen, ein Strategiegespräch. Du kannst dich aber auch persönlich von mir beraten lassen, zum Beispiel in der nächsten Live-Show. Unterhalb von dem Video gibt's einen Link zur Live-Show. Jeden Mittwoch 18 Uhr berate ich live, gebe Impulse und, ähm, eines ist wichtig. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und für dich ist sozusagen das Meisterstück des Marketings ein Expertenbuch oder mehrere, ja. Und deswegen, überlass das nicht dem Zufall und, ähm, wenn du es richtig machst, profitierst du ein Leben lang davon. Ich hoffe, dass wir uns schon bald kennenlernen. Bis bald, dein Christian. ... Untertitelung des ZDF, 2020